Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um das Gemüse. Hallo semuanya, selamat daten kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar Bahasa Jerman, Thema Sayur-Sayuran. Nicht vergessen gefallen, abonnieren oder subscribe und die Glocke aktivieren. Dankeschön. Die Kartoffel, die Kartoffeln, plural. Australisisch, der Erdapfel. Erde itu bumi atau tanah dan apel itu apel-apel. Jadi apel dari tanah. Also, kentang auf Deutsch, Kartoffeln. Und auf Australisisch, Erdapfel. Bortel, auf Deutsch, die Möhren, auf Australisisch, die Karotte, die Karotten, plural. Tomat, auf Deutsch, Tomaten, auf Australisisch, Paradiser. Terong, auf Deutsch, Aubergine. Aubergine. Auf Australisisch, Melanzani. Melanzani. Sayurkohl, auf Deutsch, Kohl. Auf Australisisch, Kraut. Jamur, auf Deutsch, Pilze, auf Australisisch, Schwammel. Auf Deutsch, Pfifferlinge, auf Australisisch, Eierschwammel. Jagung, auf Deutsch, Mais, auf Australisisch, und in Altbayern, Kukkerutz. Bunchis, auf Deutsch, Grüne Bohnen, auf Australisisch, Fisolen. Kembangkohl, auf Deutsch, Blumenkohl, auf Australisisch, Karviöl. Lobachine, auf Deutsch, Der Rettig, auf Australisisch, Radi. Daunbawang, auf Deutsch, Der Poree, die Porees, plural. Auf Australisisch, Lauf. Paprika, Der Paprika, die Paprikas, plural. Jahe, Der Ingwer, die Ingwers. Brokoli, Der Brokoli, die Brokoli. Sayur Bayam, der Spinat, die Spinate. Ketimun, die Gurke, die Gurken. Kacang Polong, die Erbse, die Erbsen, plural. Asparagus, die Sparkel, die Spargel, plural. Bawang Merah, die Rote Zwiebel, die Rote Zwiebeln, plural. Bawang Bombay, die Zwiebel, die Zwiebeln, plural. Bawang Putih, der Knoblauch, die Knoblauche, plural. Das ist alles für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss, auf Wiedersehen.